echt ihr wisst wie ich gestern aussah ne ich war echt fertig gestern aber heute habe ich mir gedacht wisst ihr was der banger macht sich schick gestern hat mir hatte habe ich auch eine nachricht gelesen so lockere 500 was denkst du was nach red kommt was hast du vor acht danach gar nichts ich habe immobilien vielleicht arbeite ich weiterhin mit immobilien oder sowas ganz entspannt hast du manchmal angst dass dir nichts mehr einfällt nie manchmal hatte ich das so im leben aber wo ich das x-album gemacht habe das war so krass das habe ich so locker gemacht in zwei monaten und da habe ich gesagt okay mit cool sauvage noch alles gut also ich streite habe ich nicht mit sauvage wir sind immer doch die ich den letzten mal gesehen habe waren wir glaube ich irgendwo essen in berlin in diesem frühstücksladen und da sind die drei bücher sein und da war er ganz nett denkst du jemand kann die lüriere ich das wasser reichen im deutschland also kollega auf jeden fall das wird doch ein gutes zeichen oder warte kurz leute aber gibt doch mal einmal den adler was ist los wo ist der adler da ist er ist das sein ernst 7 drehen ich mal ein adler gegeben warte warte leute ich bin sofort wieder im chat jetzt drei adler was ist das das klingt schon sehr gut ne ich wusste doch der enttäuscht mich nicht oder doch warum kaufst du 700k abos auf insta wann habe ich auf insta ein abo gekauft leute warum soll ich auf insta abos kaufen sag mal bitte auch diesen schwachsinn immer der kauft hast der ist da leute warum soll ich leute 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 und wie wird aus drei spiele habe ich was gewonnen 140 habe ich ja nichts verpasst oder so da bin ich wieder noch die gute auch jetzt oder das sieht gut aus 740 jetzt jetzt geht es aber rund zack zack zwei bilder nimmt auch noch mit perfekt zum gewinn gekommen sehe ich auch so bitcoin mit kapiton die schneit vor allem die mutter fahrt ja der war legendär mit dem rein der rein darauf war super könnte besser seine warum 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 gibt es solche wird badrari diese woche gewinnen kämpft er diese woche gegen ihn kämpft der badrari haare sind gut aus war nicht wie wichtig ist kolle für deine karriere meinem bruder und meinen freund und alles sehr wichtig einer der wichtigsten menschen in meiner musikkarriere und natürlich dann auch in meinem leben das sieht sehr sehr angenehm aus war einmal will ich nur die tausend einmal tausend oder so 200 so verarschung guck dir das mal an junge 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 das ist so verarschung so was ich guck da gar nicht hin was haben wir gewonnen wieso hast du kabelkopfhörer weiß ich nicht habe keinen bock jetzt so dinge dicke dinge da zu tragen die ganze zeit wie du im studio mama tutorial wie du follower kaufst ich schwert euch leid ich weiß nicht wie man ein follower kauft wenn ich das wüsste hätte ich das tutorial gemacht aber ich weiß nicht mal wie das geht was für ein musik distributor kannst du empfehlen wenn man als rapper los starten will eigentlich jeder und hier jetzt gewinnspiele drei spiele jawohl so einer hat gesagt er gibt richtig bei drei spielen fahrrad was drückst du auf der bank keine ahnung habe ich lange nicht mehr woran gute entscheidung von dir glaube ich was die sand kam er mehr oder was okay gucken wir mal was hier kommt und wir sind jetzt bei zwei frei spielen geil gut fx danke für eins ab wie oft in der woche bist du live da ist das da ist das da ist das Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020